Ja, Basel ist meine Wahlstadt. Ich bin in die Schweiz gekommen, nachdem ich einen Schulausflug gemacht habe. Als ich auf dem Gymnasium war, Anfang 90er Jahre, dann bin ich in Basel hängen geblieben. Basel ist eine Grenzstadt, grenzt an Deutschland und Frankreich. Man hört eigentlich jeden Tag das Französisch. Basel ist übersichtlich, aber trotzdem kosmopolitisch. Basel ist natürlich wunderschön. Die Schönheit wird bleiben, aber man braucht, um sie zu entdecken, die Kultur. Da, 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 da.